Das war eine einfache Frage. Natürlich pendelt sich der Lohn in diesem Modell genau am Schnittpunkt der beiden Kurven ein. Bei höherem Lohn wären weniger Arbeitgeber bereit, anzustellen. Bei niedrigerem Lohn wären weniger Arbeitnehmer bereit, eine Stelle anzunehmen. Weil sich an diesem Punkt Angebot und Nachfrage die Waage halten, spricht man auch vom markträumenden Lohn oder Marktgleichgewicht. So betrachtet bestimmen also Angebot und Nachfrage den Preis der Arbeitskraft, also den Lohn. Genau wie auf dem Konsumgütermarkt Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, beeinflussen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt den Preis der Arbeitskraft, den Lohn. Was wir hier aus theoretischer Sicht erklärt haben, lässt sich tatsächlich auch empirisch nachweisen. Eine Möglichkeit ist es, sogenannte Marktexperimente mit Versuchsteilnehmern im Labor durchzuführen. Das sieht zum Beispiel so aus. Die Teilnehmer an einer Studie werden zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Einige Teilnehmer bekommen die Rolle des Arbeitgebers zugeteilt, der Rest bekommt die Rolle des Arbeitnehmers. Arbeitnehmer und Arbeitgeber erhalten nun unterschiedliche Instruktionen. Arbeitnehmer dürfen ihre Arbeitskraft zu einem beliebigen Preis anbieten. Arbeitgeber können ein Angebot annehmen oder Arbeitskraft zu einem beliebigen Preis nachfragen. Entsprechend kommt ein Vertrag zustande oder nicht. Jeder Arbeitnehmer kann natürlich nur einen Vertrag gleichzeitig eingehen. Das Experiment läuft über mehrere Perioden. Am Ende jeder Periode wird der Gewinn jedes Teilnehmers berechnet. Meist bekommen die Teilnehmer dafür jeweils unterschiedliche Vorgaben zu den ihnen entstehenden Kosten bzw. dem ihnen zur Verfügung stehenden Geldbetrag. Durch diese Vorgaben ergeben sich dann zum Beispiel Nachfrage und Angebotskurven wie diese. In Marktexperimenten zeigt sich immer wieder, dass sich unter den gegebenen Bedingungen der Lohn tatsächlich sehr schnell auf dem Niveau des markträumenden Lohns einpendelt. Hier würde er etwa bei 75 liegen und 5 der 8 Arbeitnehmer würden eingestellt. Die restlichen drei Arbeitnehmer sind nach dieser Definition freiwillig arbeitslos, weil sie sich entschieden haben, zu dem gegebenen Marktlohn keine Arbeitsstelle anzunehmen. Schön und gut, aber ist das nicht etwas realitätsfremd? Welche der folgenden Gründe würden Sie gegen die rein ökonomische Sicht auf dem Arbeitsmarkt anführen? a. Nicht jede Arbeit ist zumutbar. b. Soziale Kosten werden nicht berücksichtigt. c. Politische Rahmenbedingungen werden nicht berücksichtigt. oder d. Lohnsenkungen könnten mit Leistungseinbrüchen einhergehen. Vielleicht sind ja auch mehrere Antworten richtig. das müssen Sie sehen. so cutter Err, das müsse Yogrenkungen